Die Sonne trifft auf ihr gelbes Haus. Es scheint fast so, als sei dies ein Zeichen von Gott. Das war doch ein Gedicht. Weiß nicht. Und das in deinem Alter. Die Sonne trifft auf ihr gelbes Haus. Es scheint fast so, als sei dies ein Zeichen von Gott. Mit sehr wenigen Elementen hast du etwas sehr Komplexes aus dem Leben beschrieben. Er ist wie der junge Mozart. Es scheint, als sei dies ein Zeichen von Gott. Warum bist du denn traurig? Es hat ihm gefallen. Talent ist so selten und so zerbrechlich. Und unsere Kultur zerstört das alles. Hey, Jimmy. Hi. Hi. Schaffst du das da nach links zu schieben? Mozart wurde einst von Königen begünstigt und gefördert. Sie massierten seine Hände und steckten ihm Süßigkeiten zu. Dort werde ich dann aufschreiben, was dir durch den Kopf geht. Und dann veröffentlichen wir ein Buch. Hallo. Könnt ihr mir helfen?